Und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe ja vorher kurz einen Cut gemacht, weil ich ja gucken wollte, wie ich das ein bisschen bearbeiten kann. Und zwar habe ich noch was herausgefunden. Es gibt eine Funktion, bzw. ich wollte ja noch was hinzufügen, mit Chipsets zu arbeiten, die einen Clocker-Timer haben. Und dafür brauche ich halt Quarz-Chipsets, die jetzt automatisch von dem hier da rüber gehen. Und das wollte ich eigentlich nicht haben. Jetzt muss ich diesen Block hier jetzt wieder auffangen. Aber das macht nichts. Ich hole ihn dann nachher raus. So, das brauchen wir nicht mehr. Den könnte ich noch rüber nehmen. Und ich brauche jetzt den... Da habe ich ein Orgate genommen. Und da will ich eigentlich nur signalisieren, Maschine-Arbeit ist ganz was Einfaches. Also jetzt nicht so kompliziert, das Hauptsache ist Arbeitet. Werde ich hier drunter machen. Dann weiß ich auf jeden Fall, Maschinen laufen da hinten im Hintergrund. Wie viel habe ich denn? Warum arbeitet der nicht mehr? Oh, ich weiß warum. Ich würde immer auch so tippen. Jetzt müsste er wieder arbeiten. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte auch komisch enden können. Wo machen wir die Lampe hin? Die soll einfach nur so eine Clock laufen lassen hier hin. Hier ist optimal. Mal gucken, wo das... Loch. Oh mein Gott. Ich hasse manchmal dieses Spiel. Oh, da haben wir passend abgebaut, würde ich sagen. Ich habe keine Musik am Laufen. Können wir doch nicht machen. Keine Musik ist immer schlimm. So, jetzt lassen wir hier noch oben das hochlaufen hier. Da hätte ich durchgehen müssen, aber das ist ja egal. Ich brauche doch die Blockets. Jetzt brauche ich die. Ob ich jetzt hier Holz oder Stein nehme, das ist... Spiel. Ich möchte doch nur tauschen. Ich könnte eigentlich... Eigentlich würde ich es erreichen. Ja gut, er ist jetzt an. Ich brauche aber eigentlich eine Clock. Wofür hatte ich das Clock-Chip-Set? Das hatte ich... Achso, das sollte das ja regeln. Ja, ich könnte auch ein Clock-Item nehmen. Das sollte die Funktion ja übernehmen hier. Da ist... Man kann wirklich zwei drauf machen. Was habe ich denn da genug? Das ist gelb aus, ne? Ne. Was sind wir denn noch für Funktionen? 15 Sekunden, 5 Sekunden. Es wirkt. Da gibt ein Wetzeln-Signal. 10 Sekunden-Timer. Kann er das jetzt auf Signale machen? Kommen wir jetzt alle 5 Sekunden ein Wetzeln-Signal? Ja. 5 Sekunden ist okay. Das kann ich mit das andere... Oh nein. Nee, gerade jetzt habe ich ein blaues Ding da hier drauf. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich brauche hier gar nichts. Ich bin nicht sicher, aber ich lasse es erst mal weg hier. Wenn alle 5 Sekunden wir ein Signal geben, wäre das super. Das ist halt oben? Ja, das kommt von oben. Das könnte ich mit... Mit dem blauen verbinden? Ja, das könnte ich glaube ich auch so verbinden. Das soll ich noch nicht mal gucken. Das hat nicht viel Auswirkungen. Ich bin jetzt da runter. Mit dem Ding vielleicht. Ich glaube ja weniger, aber... Ich muss jetzt einmal noch mal die ganze Pipe hier hin sitzen. Ah, jetzt haben wir eh massenweise. Das kann das mal runter. Ah, das ist gerade nervig. Obwohl, ich kann glaube ich... Kann ich nicht das Ding hier nutzen? Das hier. Jetzt muss ich gucken, was habe ich eingestellt. Äh, gelb. Ein Signal. Okay. Gelb ein Signal. Rote. Wenn der Rot nicht da ist, soll er pumpen. Ach so. Ich war jetzt mal Rot und... Gelb wieder auf der Linie. Das war Rot. Ähm... Impuls. Bei Gelb... Gibt ein Signal. Bei Gelb soll er ein Signal geben. Ah, ne. Hm. Lassen wir erstmal. Wir brauchen jetzt den... Funktion mit dem Timer. Alle 5 Sekunden... Ich höre schon wieder eine Katze. Alle 5 Sekunden ein Wetschern-Signal. Just do it. Funktioniert. Warum der jetzt aber... Lächtet der dauerhaft jetzt? Oh, haut doch ab hier. Wollen Katzen. Miau. Miau. Wir werden gleich alle sterben. Jetzt können wir wieder die Katzen rum. Oh je. Ich frage mich ganz ernsthaft, ob die hier oben spawnen oder so. Ich vermute mal ganz stark, dass die hier oben irgendwo... Oh, bestimmt hier drin, ne. Wow. Super Katze. Miau. Alter, macht die Schaden. Hopp. Warum kann ich die nicht treffen? Na gut, ne. Wo auch immer ich die nicht treffen kann. Das packt etwas, naja. So. So. Jetzt müssen wir noch den Block hier rübergeben. Die Funktion... Und der Kabelchen. So. Ich glaube, hier war das, ne. Ja. Ich glaube, das könnte ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, ich baue eine andere Clock. Das wäre jetzt mal nur so ein Test... Ähm. Clock. Äh. Oder Timer. Ne, wir haben einen Timer. Haben wir dafür alles noch? Ne, da fehlt... Der in der Mitte. Haben wir. Und der Ober fehlt auch nochmal. Dann nehme ich den Timer mit. Die brauche ich nicht. Dann geben wir ihn die Funktion, wenn du workst. Ja. Ich sehe nochmal hier dran. Achso, wenn da... So ist, dann soll er mal ein Signal geben. Oder? Und das ist der hier. So. Ähm. Machen wir noch oben inverted. Ich weiß, wann er arbeitet. Ich glaube, dann soll das auch funktionieren. Wenn wir jetzt hier noch ein Redstone nehmen. Redstone Föckel. Ich glaube, dann haben wir das erstmal... Das ist, dass wir beruhigt laufen können. Blöde Mieze. So. Jo. Ist okay. Ist immer noch so aggro. Säger aus dem laissez.